Das ist Paul. Paul wohnt in Delmhorst. Eigentlich findet Paul Delmhorst sehr schön. Aber es gibt auch einiges, was Paul und seine Familie in Delmhorst stört. Zum Beispiel, dass einem die Parteien vor der Kommunalwahl alles Mögliche versprechen und nach der Wahl ist alles vergessen. Darum wählt Paul die Freien Wähler. Nach der Wahl mitbestimmen und per Volksabstimmung so entscheiden, wie es für seine Familie und ihn am besten ist. Am 11. September die Freien Wähler.